Falls ich jetzt in den Survival-Modus gehe, sagt dieser Lifehack, dass da tatsächlich keine Zombies durch diesen Platz hier durchkommen können. Ist es wahr oder ist es falsch? Egal wie viele Zombies da jetzt rankommen, die kommen hier einfach nicht durch diese Barrikade durch. Wobei, wenn die sich ein bisschen zu viel vielleicht reindrücken... Aua! Dann so und dann kommen sie rein! Leute, au! Dieser Fact war tatsächlich falsch! Au!